Na ja, ich bin auf hoher See, wie man sehen kann. Freunde, ich bin drin, ich habe sie schafft. Der einzig stabile ist am Stizzle. Moin, wie gesagt, wie gesagt. Es ist keiner mehr am Start. Ich bin der einzige, der wahre, ja. Marshala, der stramme Schwimmer. Ihr wisst, wie es ist. Es ist einfach so, ja. So, wir haben es kalt. Man muss dazu sagen, das Wasser ist richtig kalt. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Kühlschrankwasser, Digi, von oben. Aber, als ob es den stabilen beeindrucken würde, ja. Das ist ein lächerlich, Digi, lächerlich. So, ja. Ich glaube, heute Abend gibt es den wieder The First Descent. Wie heißt es? Descenders? Descent, Alter. Irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Es wird auf jeden Fall Descended. The First Descended, genau so heißt es. Es wird auf jeden Fall wieder ein epischer Stream. Diesmal wahrscheinlich mit meinen Kollegen. Das heißt, wir machen auch die Dig Nexus Runs oder wie die heißen denn. Und wollen natürlich alles aus der Testversion rausholen, was geht. Nach dem, was ich weiß, müsste das Game auch bald Final sein. Deswegen zockt sie doch so Final. Und auch mein Kollege hatte bestätigt, auf jeden Fall eine Frameverbesserung von über 60% gegenüber der vorigen Testversion. Wirklich sehr, sehr, sehr nice. Ich bin sehr zufrieden. Ist die Sonne noch immer stark, Alter? Machen wir es so. Ja, also. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es läuft super gut. Und für die Leute, die eine 4000er Grafikkarte haben, es ist eins der wenigen Spiele, wo man DLSS übrigens auf Performance machen kann. Und das Game sieht noch immer so aus, als ob es die native Grafik ist. Also das haben die wirklich mega, mega geil gemacht. Großen Respekt nochmal an das Team von The First Descended. Absolut nice. So. Ja, ich kann nur noch auf zehn Spitzen stehen gerade. Ich muss kurz ein bisschen rückwärts gehen. So. Hier ist sogar Schwanhausen am Start, wie ich sehe. Wir werden gleich mal rüber schwenken, nicht wahr? Tief und entspannt. Was ist da los? Winke mal. Winke mal. Winke. Du sollst winken. Ja, so ist gut. So, da ist der andere Schwan. Wir zoomen mal rein. Stabil, meine Freunde. Stabil. So, nochmal. Glas klar. Man kann bis auf den Boden gucken. Hier kann man nicht mehr. Doch, hier kann man auf den Boden gucken, oder? Seht ihr meine Schuhe? Unten. Ich glaube ja, ich sehe nicht, was man sieht, weil ich sehe nur ein schwarzes Handy. Also einen schwarzen Bildschirm. Oh, Baby. Hit me one more time. Oh, guck mal. Er macht Filmchen. Er filmt mich, oder was? Filmst du mich gerade? Ja, wa? Du musst die, die Brille sieht schief aus auf deinem Kopf. Das sieht lustig aus. So, ja, es ist schwer tatsächlich hier die Kamera zu halten, weil wenn der Zoom so krass ist, aber es läuft, Digi. Es läuft. So, also ich werde jetzt noch natürlich ein paar Runden schwimmen. Ich werde natürlich jetzt auch noch den heiligen Taucher vollziehen. Ja. Und vielleicht wird mein Kollege das filmen, weil ich kann mich nicht filmen, während ich tauche, logischerweise. Und dann geht's ab, ne? Krass, Kollege ist filmen gegangen. Anderer Kollege stabil. Stabil. Ja, moin. So, jetzt kriegt man immer diese kleinen Babyfische. Könnt ihr die auch sehen? Ich filme gerade Babyfische. Zumindest glaube ich, man sieht die. Ich weiß es nicht. Also, auch wenn ich ganz langsam laufe, die halten exakt die Distanz von knapp 1,50 Meter. Hammerhart. Jungs, die halten den Abstand besser ein, als zu Corona-Zeiten in Zügen, Digi. Hammerhart, ey. Ihr wisst, was ich meine, ja. Ihr wisst, wie das. Ihr wisst, wie das. Uff, da wird dann hier chillen. Da wird definitiv gechillt. Om nom 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 nom. Oh, so delicious. Mmmmm. Lecker, Digi. Ja, bestimmt so ist quasi Salat, ne? Was für einen Salat ist, ist für die hier Salat und Wasser. Wassersalat. Aber richtig schön nass und so, ne? Uh, baby, baby. Jam, 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 jam. Ja, komm gleich. aunque ist gescheitig. OP